In einer der idyllischsten Regionen Deutschlands, inmitten des niedersächsischen Flachlands, auf deren Wiesen die glücklichsten Kühe grasen, der Milan majestätisch in die Lüfte steigt, wo die Wälder das Echo des Lebens tragen. Hier lohnt es sich zu leben. 1968 begann eine neue Zeitrechnung für die Menschen aus diesem Dorf. Damit war die fünfte Jahreszeit in Rammlingen geboren, ein Ritual, das die Menschen Sturm eroberte und ein Feuer der Leidenschaft für dieses unser aller Fest entfachte. Und so ist es bis heute. Und so ist es bis heute. Und so ist es bis heute. Jetzt sind wir uns mit der Leidenschaft zu machen, die die Leidenschaft an den Herzen verstanden sind. Und so ist es bis heute. Und so ist es bis heute. Erntefest Rammlingen 2024 live auf der Grünen Wallet am Samstag, den 28. September und am Sonntag, den 29. September. Alle sind grünbereit. Alle sind grünbereit. Alle sind grünbereit. Alle sind grünbereit. Und schon am Freitag, dem 27. September, das erste Mal seit sieben Jahren, der legendäre Dorfabend. Alle sind grünbereit. 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 Alle sind grünbereit.